Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich darf Ihnen heute hier sein, um die Zukunft dieser Reise Ihnen vorstellen zu dürfen. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend. Buffet ist frei für alle. Vielen herzlichen Abend. Vielen Dank. Ich denke, dass Sie hier einen, dass Sie hier einen, dass Sie hier einen, dass Sie hier einen, dass Sie hier einen. Es ist Fläche, ja, Fläche. Ich sehe da keine Tiefe, weder inhaltlich noch formal. Du mit einem konvulsiven Kunstbegriff. Das hat was von diesen Readymade zu Dadaisten. Na, sehr innovativ. Mensch, das war vor 70 Jahren. Na, guck doch mal. Das Einzige, was das mit dem Dadaismus gemeinsam hat, ist, dass es wahrscheinlich im Drogenrausch entstanden ist. Ich finde es irgendwie abstrakt. Das ist eine Aussage. Abstrakt ist fast jedes Bild in der modernen Kunst. Jetzt sind wir uns wenigstens in dem Punkt eigentlich. Was schreiben Sie denn? Ich habe sowieso keine Ahnung. Ohne Tiefen. Wie ist das? Du weißt, wir haben jetzt einen Fototermin. Herr Kunstmann, warte, bist du verantwortlich. Herr Kunstmann. Wo ich da vorstellen, dann reich war. Reich war. Absögen. Musik Ah, bekommt man den Künstler endlich auch mal zu fassen. Oh, es gefällt mir. Es ist, es ist so... Anarchisch. Ja, ja, genau. Wow, das ist fantastisch. Ah, Manfredo. Dann, du weißt du, ich mach jetzt nicht... Ich glaube, du sollst dich hier auf dem Stellen stellen. Ich glaube, das ginge doch, ne? Ja. Mach mal ein bisschen, ja, freundlich. Bitte, kommst du hier schon mit, bitte? Ich habe noch einen... Herr Kruf, kann man da kommen? Okay. Hey, Kleine. Pass auf! Zurück. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020